Okay, da habe ich hier auf jeden Fall einiges zu tun. Okay, da habe ich hier auf jeden Fall einiges zu tun. Gut, dann haben wir die schon mal. Ja, in der Zeit pushe ich mal zu deinem Mate, wo du dich jetzt heizt haben. Oder pushe der jetzt noch. Es sind anscheinend nur zwei Leute hier. Nee, es sind mehr. Die Frage, wo hat er hier Loot gedroppt? Das ist natürlich. Das finde ich jetzt blöd, weil er ist nicht in der Zone, ich bin nicht in der Zone. Aber ich würde gerne das Loot haben. Kann ich ihn höchstens outmoven? Ja, da hinten, die haben sich wieder geholt. Ärgerlich. So. Nicht mit mir, mein Freund. Na, er hat seine Car hier gedroppt. Oder was ist das, eine Mini? Ich loote die später. Ich habe ja noch das Fahrzeug hier. Oder? Ah, nee, ich habe kein Fahrzeug. Ah, ich habe ihn gesehen. In dem Busch da hinten. Klar. Nice. Ich habe kein richtiges Scope leider. Leute, euer Kumpel liegt da. Wollt ihr den jetzt wirklich im Stich lassen? Ah. Das ist aber schon, das ist schon frech jetzt. Ah, ja, da ist er. Okay. Ja, was macht man jetzt, ne? Third Person, meine Freunde. Also, ich kann eine Minute 30 warten. Ich will sogar den Berg hoch. Oh, es sind mehrere. Oh, das tut mir aber leid. Das tut mir aber leid. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier wegkomme. Warum nicht hat der hier einen Viererscope oder so? Nee, leider nicht. Schade. Gut, dann hauen wir mal ab. Fuckboy, ouch. Oh. Jetzt haben die sich natürlich selber eingehäst. Smoke da. Einer hat eine K. Ich muss ein bisschen aufpassen. Aber ich habe einen Dreierhelm. Irgendwie treffen die auch nicht wirklich. Der hat zwei Hits, der Typ. Nee. Ah, ja, da sind sie ja. Oh, oh. Ich muss aufpassen. Die wollen gleich auf mich ballern. Holy shit. Oh, okay. Oh mein Gott. Alle tot. Was ist hier gerade passiert? Ich habe keine Ahnung. Oh. Oh mein Gott. Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll, Mann. Es war gerade so. Das war gerade mega abgefuckt einfach. Mega abgefuckt. Oh. Let's go. Wir haben ein Lot. Hier ist eine K. Geilo. Mit Suppressor. Das ist heute übrigens das zweite Mal, dass mir jemand Suppressor und K und Bulletloops und alles bringt. Das finde ich ja mal super nett. Äh. Lass mal hier. Ich bleibe erst mal hier drin. Keine Lust von der Red Zone hier zu sterben. Definitiv. Erstmal. Oder wobei. Lass mich mal hier am Rand warten. Damit komme ich besser. Boah, da sind die schon, ja. Mich vielleicht schon gesehen sogar. Ah ja, der hat mich schon gesehen. Okay. Die wissen auf jeden Fall, dass ich hier bin. Da muss ich jetzt bis hin. Aber es sind nur zwei Leute, also. Mal schauen, wie nah ich die rankommen lassen kann. Hm. Die wissen nicht genau, wo die hin sollen. Die sind aber, glaube ich, da hinten in der Zone drin. Oder? Ja, die sind in der Zone. Die sind mehrere Jahre zusammen. J衡os und Jesus aus ... Da sind nicht blij untuk die, aber nur noch hier bei dir ist. Das war's für heute. Yo, Geul Hat der noch einen Dreierrucksack? Kann ich nochmal das Achievement fahren? Das sind echt noch eine Menge eigentlich Wo kommt ihr denn her? Zweierhelm, okay Ich werde die mal gleich pushen Oh Das sind drei Leute Hinter mir, schade Saubere Nate Oh, die Nate kommt gut Ja Okay, das kann der Ausgenockte gewesen sein Ja Nice, nice, nice Das sieht gut aus Leute, das sieht sehr gut aus Und der Spoon hat die Zone wieder Oh oh Okay, vielleicht nehmen wir es dann doch erstmal zurück Dass es gut aussieht Jetzt sieht es nicht mehr so gut aus Dreierweste ganz schön kaputt Wie nah sind die denn schon Noch nicht so nah Okay Pushen jetzt gerade ran Ich hätte das Medkit nehmen sollen Dann ist noch ein Einzelner auf jeden Fall Nate kommt Dann ist noch ein Einzelner auf jeden Fall Und dann ist noch ein Einzelner auf jeden Fall Und dann ist noch ein Einzelner auf jeden Fall Dann ist noch ein Einzelner auf jeden Fall Oh mein Gott Oh Ich bin nur noch am Zittern Hey, scheiße Oh mein Gott Was geht hier los Oh, der hat gut getankt Jetzt nur noch den Einzelnen Wo ist jetzt der letzte Mann Oh mein Gott Scheiße hat der viel getankt Okay Ich liebe dieses Game Ich liebe dieses Game Oh mein Gott Okay Also entweder unten bei dem Baum Dann hätten die auch beschossen werden müssen Hey, der ist auf der anderen Seite Dann Müsste er eigentlich sein Oh, der ist doch unten Hm Also ich habe auf jeden Fall die Zone Oh, oh Oh, oh Leute Ich will meine Augen gar nicht vom Bildschirm wenden Ich habe nur noch eine Nate Ich habe da nichts Moven sehen Ich kann nur Eigentlich glaube ich nur noch, dass der da unten ist Gut, das müsste clean sein jetzt Ich werde das die Zone machen lassen So Erstmal Kann auch sein, dass der genau hier unten an der An der Kante hockt Erstmal wartet Da ist er doch Oh 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 Okay Oh, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop and that's what's bothering me.